So, Moin Moin, Steiner, wo sind wir hier? Wir sind hier in Foreinsee Führung. Und wie ihr hier sehen könnt, wir versuchen es heute mal mit Paste. Mit Spirulino, weil der Hälter ist weit weg. Ein Fisch haben wir ja schon gefangen auf UL. Okay. Wir machen das das erste Mal heute. Jawohl, normalerweise sind wir ja UL Angler. Wir haben die schönen Videos bei YouTube geguckt, wie das geht. Und jetzt versuchen wir es natürlich auch genau so zu machen. Schauen wir mal, ob es klappt. Ob es Fisch bringt. Hoffentlich. Arthur, was hast du zur Sache? Wenn nicht, dann halt Arthur Schuld. Wir kriegen das schon hin. Arthur hat übrigens schon eine sehr, sehr schöne große Lachsforelle gefangen. Petri dafür nochmal. Also wirklich, sehr schön. Wir haben viele Auswahl an Paste. Genau. Das haben auch alles da. Wie man sie formt, sieht man ja bei YouTube. Es gibt genug Videos. Aber hier für einen UL Angler und dann so einen Former ist schon gar nicht mal so schlecht. Ne? Ne? Was ist los? Ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. So sieht es aus. Aber wir versuchen unser Bestes. Genau so sieht es aus. Schauen wir mal. Ob er schön dreht. Also das riesengroße See hier. Wie tief ist die Stelle? Eine 50 Stelle? Weißt du das, Arthur? Genau. Wie tief ist es? Wie tief ist das? Ja. Wie tief ist das? Wie tief ist es? hier und das ist alles hier verwachsen also die seite wird komplett beangelt also leute lasst euch von den großen Seh jetzt euch nicht abschrecken schon gar nicht für UL Angler, UL Angler kann man ja super machen das ist überhaupt kein Problem wir angeln schon ganz auf UL nur das Ding ist jetzt wollen wir ein bisschen mal schleppen weiter raus zu werfen also es macht auch wirklich wie gesagt mit UL macht genauso Spaß und sehr 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 starke, kampftarke Forellen auf jeden Fall wie gesagt der Arthur hat eine sehr schöne Lachsforelle schon gefangen und ich hoffe dass die Legs jetzt am Band kommen da kommen noch welche Besatz wurde auch noch nicht gemacht noch alles vor dem Besatz gefangen der Jayan ist genauso der hat auch schon einen gefangen ich habe leider einen Aufsteiger gehabt genau aber wie gesagt wir sind gute Dinge wir werden auf jeden Fall fangen bis dann Jungs auf die UL und schöne goldene schöne goldene hier Forellensee Führung, Kampstark sehr knapp gehackt aber wirklich sehr knapp so nach so viel Fisch haben wir natürlich auch Hunger bekommen das ist unser Setkopf Leute sieht das nicht geil aus und das im Brötchen rein mit natürlich VW Ketchup der gehört auf jeden Fall immer dazu der Arthur kann sich lassen er muss weitermachen so Leute bis später so Leute Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.